Die ersten 18 kommen weiter, Rehzmann. Bin, 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 bin. Let's go, wir sind 10. Huge Stop. Schenkel, größer Fuß. Was ist der Schenkel? Oberschenkel? Ja, Oberschenkel sind... Auf jeden Fall. Oberschenkel, Junge. Da will ich mich reingraben, Junge. Bro, ja. Ich hätte es nicht besser beschreiben können. Wenn man einfach sich so reinhühlt, als wenn man so ein kleiner Maulwurf, der unter Tage lebt und nicht so viel sehen kann mit seinen Augen, aber dafür hat er sehr andere, ausgeprägte Sinnesorgane. So will ich mich da reinhühlen, Digga. Ja, okay. Versteht ihr? Ja, ich glaube... Das ist der fucking Untertagebau und meine Familie ist darauf angewiesen, dass ich halt Kohle abbaue, um Essen auf den Tisch zu bringen. So will ich mich da reinhühlen, Alter. Als würde ich in einem Haus wohnen, was du nicht mehr abzahlt hast. Und mein ganzes Leben hängt davon ab, dass ich halt darauf lieb. Rizmann, wir haben es gecheckt vom Ding her. So will ich es halt machen. Checkt ihr? Ja, ja. Was sagt ihr zu Haaren beim Sexen? Nee, ich bin immer... Einmal kahlrasieren brauche ich. Kahlrasieren ist die Meta. Eine Safehouse gibt eine Sexmeter. Aber auf dem Kopf, oder, oben? Immer vorher einmal rüber. Ja.